Russland hat das Hausverbot für seine Diplomaten im Europaparlament scharf kritisiert. Dies sei eine Rückkehr zur Inquisition, kommentierte Maria Sacharowa vom Außenministerium in Moskau. Die Jagd auf russische Hexen ist eröffnet, schrieb sie bei Facebook. Sacharowa verlangte eine Erklärung von der EU. Sacharowa bezog sich in ihrer Stellungnahme auf eine Meldung der russischen Agentur Rianovusti. Diese hatte wie andere Agenturen berichtet, das Parlament habe ein Hausverbot für den russischen EU-Botschafter Vladimir Tchischow verhängt. Dies ist allerdings nicht korrekt, nur Tchischow und ein weiterer Diplomat haben laut Mitteilung des Europaparlaments weiterhin freien Zugang zur Volksvertretung. Andere Anträge würden von Fall zu Fall geprüft, hieß es in einem ergänzenden Wett von EU-Parlamentspräsident Martin Schulz, SPD. Das Verbot ist eine Reaktion auf die von Russland verhängten Einreiseverbote gegen 89 Politiker, Beamte und Militärs aus EU-Staaten. Zudem soll die Arbeit des Parlamentarischen Kooperationsausschusses ausgesetzt werden, wie Schulz angekündigt hatte.